Wenn etwas Unangenehmes oder Unerwartetes im Leben passiert, reagieren die meisten Menschen so, dass sie sagen, warum ich? Warum ich? Warum muss ich das tragen? Das Interessante ist, dass das in der Regel von uns nur so gesagt wird und wahrgenommen wird, wenn es sich um etwas Negatives handelt. Wenn etwas Positives ist und wir gesegnet sind oder beschenkt worden sind, dann fragen wir nicht, warum ich? Sondern nehmen wir das im besten Falle mit einem Danke einfach aus seiner Hand. Und wir müssen da ein bisschen mehr in eine realistische Sichtweise kommen und feststellen, dass das Problem, was wir vielleicht haben, eingebettet ist in vielfältige Segnungen Gottes. Schau beispielsweise, eine super gefährliche Situation im Verkehr. Du bist nochmal so haarscharf davon gekommen. Das kennt jeder von uns. Gerade nochmal hat es so geklappt, das hätte böse ins Auge gehen können. Dann sagst du auch nicht, warum ich, Herr? Nein, im besten Falle dankst du dem Herrn und gehst einfach weiter. Und wir müssen einfach sehen in unserem Leben, es gibt Bereiche, wo wir wirklich gesegnet sind, jeder von uns. Für die sollten wir dankbar sein und nicht nur auf das Ding schauen, was vielleicht ein Problem ist. Vielleicht hast du eine gute Ehe, ein gutes Familienleben, gute Beziehung zu deinen Kindern. Oder du hast eine gute Gemeinde, wo du eingebettet bist. Oder du bist gesund, körperlich oder seelisch richtig gesund. Du hast vielleicht einen super Arbeitsplatz, hast beruflich einen guten Werdegang genommen, bist finanziell gesegnet und, und, und. Es gibt Bereiche, wo wir einfach den Segen Gottes haben. Und dafür wollten wir dankbar sein. Und wenn dann irgendwo in einem anderen Bereich etwas nicht so läuft, wie wir uns das gedacht haben, dann lass uns nicht Gott anklagen und murren und zweifeln und seine Fürsorge in Frage stellen. Warum ich? Sondern sag, der Herr gibt Bereiche, wo ich überreich gesegnet bin in meinem Leben. Und ich will auch das Ding nehmen und ich werde mit seiner Hilfe es überwinden und durchkommen und hineinkommen in den vollen Segen, den er für mich hat. Ich bin überzeugt, wenn wir von diesem Warum-ich-Ding runterkommen und sagen, Herr, ich nehme es und mit dir zusammen werde ich dieses Problem überwinden, dass wir erleben werden ganz schnell, dass der Segen Gottes wirklich fließt. Der Feind versucht uns zu murren und zum Klagen und zum Zweifeln zu bringen. Lass dich nicht verführen. Schau auf den Herrn und sag, mit meinem Gott werde ich das überwinden. Ich werde da hineingehen können. Und ich bin sicher, Gott hat viel, viel mehr für dich. . Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020